Da bin ich auch schon wieder. Ähm, ja. Wie ihr gesehen habt, hatte ich zwei verloren. Hab mir welche geholt. Bin mir hier bis zu diesem Punkt gelaufen. Oh, ich liebe Minecraft dafür. Komisch. Oh, nix zum wegschmeißen, das kann man nix wegschmeißen, ne? Sorry, dass ich so eben reingekrüllt habe in das Mikro. Sorry an alle. Sorry. Nein, ehrlich jetzt. So, jetzt. Jetzt war das mal unbewusstes Schreien. Ähm. 1, 2, 3, 4, ratet mal, warum 4, äh, oh, und ich brauche noch, ah, warte mal, 1, 2, 1, 2, bin ich mittlerweile über dem Wasser, wo bin ich denn da, ah, nee, das hätte zu, ah, aber hier, lieber Zorro zurück, ich muss sowieso ins Bett, ich sehe schon, wie die Sonne aufgehen, äh, den Mond, sorry, den zerbröckelten Mond, von Tori Croft, in der nächsten Episode werde ich übrigens, ähm, Sanina, Zenin, oder wie das heißt, Zenin Croft, oder wie das heißt, werde ich, ähm, das Textion Pack vorstellen, oh, warte mal, Leute, ähm, ich weiß nicht, wie viel Erde habe ich im Papi, gleich wieder voll machen, dann ab ins Haus hinein, in Fuß, aus Fuß, schlafen, oh, Gott, ey, dann, keine Monster kriegen, ach ja, ich wollte ja Monster irgendwann auch mal anmachen, ne, mh, soviel zum Thema Monster, ne, trotz meines Grannes bin ich nicht so schnell da, wo ich denke, ach du heilige, wie, wie lang atme ich doch, dieser Weg wird, aber, Leute, ich verspreche euch ein, so, ich fange von hier an, 64 in die Länge, das ist ganz schön ein Stück, 35 in die Hälfte, davon die Hälfte ist 16, davon die Hälfte ist 8, davon die Hälfte ist 4, davon die 12, dann die 1, dann nicht davon die Hälfte 0,5, und, 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 ich kann das immer so weiter erzählen, aber ich will es nicht, bam, 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 so, sehe ich da hinten eine Insel, nichts, supi, da, jetzt mal zurückwarten, freut man sich riesig drauf, mach ja noch etwas, seid bitte nicht bei, ähm, dem, ähm, Texturumpack, was ich dann, demnächst mache, schockiert, weil, das sieht sehr anders aus, also, ein kleines bisschen ungewöhn, ist nur mit drinne, ich weiß nicht, habe ich überhaupt, ja, ich habe Torycraft gerade drinne, da wäre ja, anstatt Äpfel, wäre da, Fleisch bei dir, k ich bin so langsam krampf in den kleinen Finger mit den kleinen Fingern halte ich nicht die Tasse gedrückt damit man nicht runterfällt und mit den Zeigefingern des S erstmal entspannen hört ihr das so hört sich ein Lesplayer an wenn er stundenlang nichts anderes macht als let's playen eine Stunde dabei aufzunehmen wenn ich alle Videos zusammenrechne die ich jetzt im Moment gemacht habe ich kann nicht mehr sprechen sorry so so ich hätte auch in creative mode machen können aber in creative mode ist langweilig kann man keine Rüstung anlegen ja ich weiß das nirft wohl ja ich weiß ich weiß Andy sorry an Comedy Central aber ich finde euch witzig sag mal ist euch das auch aufgefallen? irgendwie sehen das Stück hier immer aus wie so ein Schnitzel so hier so diese Umrandung zumindest wenn man zwei Blöcke aneinanders setzt ob das Storycraft mit Absicht macht? um uns einen geheimen Hinweis zu geben vielleicht vielleicht gehen wir auch noch nachher Buchstaben drauf so ich will hier raus ich werde gefangen gehalten ploppt neues Textionpack oh Storycraft 2D Hilfe holt mich hier raus ich werde gefangen gehalten hm lol tolles Textionpack Storycraft nein klar wird an Rande aber auch schöne Idee so eine Hilfe Nummer das wäre doch mal was ähm 8 mal 8 mal 8 mal 8 und 64 bin doch echt ach 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 nicht schon wieder ich steuze mich bald in die Tod wenn das so weiter geht Leute echt dann kann ich für nichts mehr verantworten und ich würde eigentlich auf eine Insel stoßen die schick aus irgendwie mit den Fackern nur die sich verpuffen von diesen Kram da das gefällt mir nicht hä so eine Fackle geht aus hä wie geht das hui das war doch ein sehr weiterer Sprung hätte ich nicht gedacht hätte ich das noch äh überleben das ich brauche einfach einen genau ich brauche nur einen Block so er rennt 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 Tempo ausgenutzt ey ok 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 oh wartet mal Leute das geht echt nicht ich ich nenne die die paar Videos werde ich alle gleich nennen bloß eben halt mit 1.2 und so 1.2 und so 1.2 und so 1.2 und so ach ne Quatsch ich habe ich werde schon einen Namen finden für dieses Video ich guck mir die ja immer auf dem PC selber nochmal durch überleg dann denk mir ein paar Namen aus fertig so macht man ein Let's Plays immer schön aufnehmen und nicht ablenken lassen durch irgendwelche Mängel Alter ich lege schon mein Haus nicht mehr und die Insel selber auch nicht mehr man könnte denken ich habe einfach in der Luft angefangen boah jetzt seit ein paar Stunden so lange ja ähm ich mach Schluss ähm ich nehme jetzt schon 10 Minuten bestimmt jetzt schon gleich 11 Minuten auf ich meine Woche ach relativ schnuppe bitte fall jetzt nicht Wanda bitte fall jetzt nicht ach boah das wäre sonst blöd gelaufen ähm ja jetzt nehme ich schon 11 Minuten wahrscheinlich auf ich muss jetzt eben rasch noch das hier beenden oh mein Handy macht mich körre ich hab jetzt echt ich hab nämlich jetzt auf mein Handy immer 10 Minuten fragt mich nicht warum 10 ich mach wahrscheinlich nämlich das als 10er Videos weil ähm das was ich an Länge vorher benutzt hab alles zu lang vorkam ähm und die 4er Videos tut mir leid dass es jetzt ähm so kurz war aber es ließ sich nicht ändern na gut ähm tschüss bis zum nächsten Mal so 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 so